So, willkommen zurück zu einer neuen Folge Shovel Knight. Heute wieder mit diesem Bonus-Level. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde. Ich versuche es aber auf jeden Fall. Go, go, Power Rangers! Alter Schwede. Danke. Das war eigentlich mehr Hilfe als alles andere. Nein, wie soll da... Oh, wie soll ich denn da... Oh, fuck. Nein. Nein. Das war so blöd. Oh, fuck. So kurz. Alter Schwede. Mädel. Nein, wieso, Alter? Nein, schon wieder. Oh. Nein, ich habe Schlagen gedrückt. Ach, fick dich. Meine Fresse, Alter. Nein. Nein. Es ist... Alter, die Aufnahme läuft schon 18 Minuten. Wollte ich mich verscheißen, oder was? Ich war so kurz davor, kurz vorm Schluss. Was... Nein. 波 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Alter Schwede Alter Schwede Oh meine Nase, sie juckt und juckt und juckt und juckt Und jetzt meine Backe Oh Oh Ich hab's geschafft Ich hab's geschafft Ich saß jetzt knapp 20 Minuten daran und ich hab's geschafft und was krieg ich jetzt wahrscheinlich gar nichts? Nur den Erfolg oder was? Alter Schwede Ich bin beeindruckt, du hast meine Herausforderung gemeistert, gut gemacht Dafür gibt's echt nur Edelsteine Okay Also Wir sehen uns dann bis gleich in der Mission wieder So Und jetzt geht's auch ab zu den Missionen Hier haben wir noch einen Schädling, den hab ich noch nicht geholt Jaja, ich weiß, ich weiß Kein Problem Aber wen machen wir denn? Ich würde sagen, wir machen heute den Treasure Knight Den guten alten... Oh, hier ist ein Bläschen gewesen Auch komplett neu, das Level Also ich... Man hat... Man ist nicht oben gestartet Man ist nicht... Wenn alles gut gelaufen ist, seht ihr, wie ich vorhin extrem lange... Oh Alter, die Musik, die ist so nice Jetzt ist die Frage, wo muss ich denn hin? Eigentlich nach oben Also oben muss das Geheimnis sein Weil... Oh lol Das ist ein... Irgendein Wesen Oh lol Das hab ich ja letztens gesehen Also hier muss das Geheimnis sein Nein Okay, bis gleich So, da sind wir wieder So, diesmal ein bisschen schlauer anstellen Am besten erstmal die Säcke alle einsammeln Das Problem ist ja Schon wieder Fick Alles klar Die dritte Irgendwie... Ich muss das irgendwie anders machen Am besten mit diesem... Mit dieser Klaue Und jetzt Und da komm ich so hoch Alles klar Easy Und runter Nein, runter hab ich... Alter Schwede Geh doch runter Da will er wieder an der Wand krabbeln So Diese Gegner Da kann ich den Panzer rumschleudern Zack Fast Wir haben wieder 10.000 Gold Meine Güte Ich bin Rich Am Rich Oh, ganz einfach Weil wir können im Wasser überspringen So, jetzt muss ich nur wieder rüberkommen Habt ihr das gesehen? Meine Güte Ich bin ja wirklich MLG Pro 5000 Das kann mir keiner erzählen Das kann mir keiner erzählen Naja, dass da nichts ist Ach komm Okay Ist da oben noch was? Ich weiß es nicht Irgendwie macht es keinen Sinn Dieses Ding dort zu haben Ah doch Haha Nicht mit mir Der Rochen Bin ich denn schon Ich habe keine Ahnung Von sein Also leider muss ich erstmal rüber Rüber So, da müssen wir Darunter, oder? Also hierhin Müssen wir so lang Dann das kaputt machen Das kaputt machen Das kaputt machen Äh, das kaputt machen Und da rechts ist ein Geheimnis Hier Das sieht man an der Muschel Auf die habe ich gar nicht geachtet Oh, da müssen wir so lang Haha Nicht mit mir, Boys Also läuft gerade gut mit den Schädeln Muss ich sagen Irgendwie schon ganz in Ordnung Das war irgendwie so ein bisschen auffällig Hahaha Hohoho Oh Genau, ist nicht Machen wir das so Easy Gibt es hier irgendwo Geheimnisse? Ich weiß es nicht Die Anker machen auf jeden Fall auch Schaden an den anderen Gegnern Man schadet an mir, aber auch an den anderen Ähm Sieht nicht so aus, als würde es hier gar nicht geben Da ist so eine Kugel zum Finsternis heilen Da sehen wir auch, was der Lieder in der Ritter macht Und da hat man auch gesehen, dass das Ähm Eigentlich wollte ich das Genau 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 so Aber wir können auch auf dem Anker hoch Hier Achtung Dann Da 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 Und gehen wieder hoch Scheiß auf die kleinen Ebensteine Wir haben sowieso schon viel zu viel Gold Oh Nein, da war ein Geheimnis Alter Alter Das heißt nochmal Level spielen wahrscheinlich Vielleicht auch nicht Wir merken uns das auf jeden Fall mal Wo geht es denn dahin? Keine Ahnung So, ansonsten gibt es hier keine Geheimnisse Ja, nur rechts halt da Das habe ich aber schon gesehen gehabt Diese Truhen Sagen einem nichts Wenn man nicht das Hauptspiel gesehen hat Aber normalerweise waren in diesen Truhen immer Items drin Also diese Fähigkeiten, die ich halt kaufen kann mit den Schädeln Und wir wissen auch, dass da ein Gegner drin ist Ein so ein Anglerfisch Genau Hat einfach eine Truhe Und von dem müssen wir jetzt erstmal weglaufen Bei dem können wir jetzt erstmal keinen Schaden machen Bis gleich Er ist nicht gesprungen, hat er keinen Bock zu springen Er hat sich gedacht Weißt du was? Schulzmann, fick dich ins Knie, du dummer Bastard Ich scheiß auf das Gold So, jetzt Easy Easy, easy, easy Oh, die Fische sind alle Gold Weißt du auch nicht wie viel Oder nicht Also es gab Man konnte auch angeln in dem Spiel Ach, es gibt so viele Sachen, die jetzt gar nicht mehr hier drin sind Da oben ist doch ein Geheimnis Hallo Wie geht es dir? Wir haben ja jetzt ordentlich Kohle Also wir haben sehr viel Gold verloren, muss ich dazu sagen Also im Vergleich zu dem, was wir jetzt haben So, rechts geht es weiter Äh, links geht es weiter Rechts ist noch ein Geheimnis Easy Da haben wir unser Lebensauffülldingen bekommen Alles noch Bis jetzt sieht es gut aus So, und das ist ganz einfach Das ist diese Mechanik hier im Torpedo sozusagen Der geschossen wird, damit wir zurückkommen Easy Okay, das war schlecht Ach, komm Alles klar Alles klar Da haben wir diese Torpedo-Mechanik Die waren ein bisschen nervig teilweise in dem Spiel Aber war ganz cool Ja, nervig, nervig Cool Hm, das Gold an der Seite Will ich da hin? Ich will eigentlich nicht da hin Kein Bedarf Oh Gott Alles klar Das war nicht so gewollt Ach, ich kann da nicht hoch Fuck, das habe ich nicht gesehen Dass da dieses grüne Kraut wächst Alter Schwede Jetzt wird es richtig schlecht Jetzt wird es richtig schlecht Ich muss hier links hoch Du meine Güte Vielleicht ist da links was Jetzt habe ich nicht nachgeguckt Vielleicht kann ich da die Wand aufschlagen Natürlich 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 Easy Jetzt fehlen mir noch zwei Zwei oder? Ne, einer Ein Schädel fehlt mir Okay, die explodieren Sobald sie vorne Kontakt haben Ich weiß nicht, ob ich vielleicht hochlaufen Geht aber nicht Was ist denn das für ein Savepoint? Hoi, hoi, hoi Wir scheißen auf die Edelsteine Das ist auch ein neuer Gegner Man kann vielleicht keinen Schaden machen Das erinnert so ein bisschen an Mario Äh, kennt jemand Ähm Auf Joshis Island Also die alten Teile Vielleicht auch die neuen Und jetzt sterben wir Weil er wieder abgesprungen ist Was ich gar nicht machen wollte Bis gleich Warte mal, warte mal Da ist doch ein Geheimnis Natürlich Alter Schwede Ja Oh 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 Ganz klar Alter Der kann durch Wände schwimmen Was ist das für ein Cheaterfisch? Der pisst dich Oh Leute Der Anker hat ihn kaputt gemacht Geben die jetzt Gold? Nee, oder? Warte, ich muss jetzt runter Oh, das ist irgendwie sogar so ein Ach, komm doch schneller, lieber Anker Egal, der Schädel hat sich gelohnt Alter Ich verliere mein ganzes Gold Fuck Ich bin dumm Ich bin dumm Fuck So Da sind wir wieder Wow Ich hab's geschafft Wir haben sehr viel Gold verloren Beziehungsweise ich Ähm Ich hab alle Schäden Gefahr gefunden Also wir haben auf jeden Fall Alter, komm doch her, Junge Komm doch her Was willst du? Nee Hier oben ist doch irgendein Geheimnis Geht das schon weiter? Ich weiß es nicht Ich kann's gar nicht sagen Alles klar Wir müssen sterben Wir müssen Weil ich muss heute noch oben ans Geheimnis rein Da ist nämlich der letzte Schädel Der letzte Schädel Das waren doch nicht alle Schädel Aber fast Kann ich da irgendwie rüber? Ich könnte theoretisch mit dem Spiegel Ach komm, es hieß doch Ich kann damit Sachen einsammeln Ja, auf einmal geht das nicht mehr Ne? Ah, okay Das war einfacher als gedacht Aber jetzt hab ich auf jeden Fall alles Schädel Sehr nice Ich mache Auge Zumal kann man sein ganzes Gold eingesammelt So, dann haben wir auch das ganze Gold und da ist schon der Boss Oder? Ah nee, genau Da kommt noch dieser Abschnitt Alles gut Also jetzt brauchen wir wieder ein bisschen Gold Einfach hauen Oh Gott Das ist neu Mit dem, äh, mit dem Springen sozusagen Ach komm Fall doch noch langsamer Meine Güte Da oben ist ein Geheimnis Das ist nämlich immer vom Boss Ist immer irgendwas zu heilen Normalerweise Ich weiß gar nicht, ob ich es bei den anderen gemerkt habe Ich schnickst, wie es denn? Aber wir haben 7000 Gold auf jeden Fall So, da haben wir Trüche Äh, kaum kommt man mit seinem Schiff an die Oberfläche Hat man auch schon einen Bettler an Bord Ich will doch gar kein Geld oder so Ich habe einen Vorschlag für dich Unbeschränkte Bergungsrechte und einen Job als Finanzier der Verzauberin Ach, ich gebe gerne Gold aus, um Gold zu machen Aber wie soll ich mich darauf verlassen, dass meine Investition auch wirklich abgesichert ist? Uns geht es um weit mehr als nur Worte Hier, ein Vorgeschmack auf ihre geballte Macht Ähm, der war eigentlich ziemlich Also es ging War nicht wirklich schwer Vor allem jetzt hier mit Den guten alten Spectre Knight Oh, das ist neu Sind wir es Münzen? Das heißt, der Spectre Knight hat die eigentlich alle geschwächt Also es hieß ja eigentlich, dass sie Man denkt, die werden stärker Aber nein, die wurden geschwächt Durch Spectre Knight Weil beim Shovel Knight sind sie schwächer Also da haben sie nicht so viele Fähigkeiten Da liegst du mit dem Gesicht in deinem scheiß Geldhaufen Oh, ich muss mich kurz mal strecken Das tut gerade so gut Oh, ja Spectre Knight Wieder eine Rückblende Wow, die Folge wird extrem lang, glaube ich Brechen wir unsere Zelte ab Ich weiß gar nicht mehr, wie ich gesprochen habe Brechen wir unsere Zelte ab Wir können heute Abend den Gipfel erreicht haben Ich kann seine Macht bereits spüren Über Leben und Tod Bald wird er uns gehören So Das ist Donovan Also das ist der Onkel Oder nein, ich bin der Onkel Nee, er hat gesagt Ich weiß es nicht Auf jeden Fall, dieser eine Junge könnte sein, dass er verwandt ist Mit dem hier Mit dem Unser Linken Lol, das ist das Seht ihr das? Das ist der Turm Hier Das ist da wo Kann ich nochmal zurück Hier, hier, guck Das ist da wo Spectre Knight immer anfängt Wir sind im Turm der Verzauberin Okay, gut zu wissen Beziehungsweise ist eigentlich egal, ob ich das so weiß Oh, danke Ninjas Die haben wir auch noch nicht als Gegner gesehen Die sind, glaube ich, erst kurz vor Schluss Ich weiß es nicht Ich weiß es halt echt nicht So, dann hier nach oben Alter Schwede So Und nach oben Da oben ist was Lol Wie ein Geheimnis Nein, geh doch hoch Aber ich kann da gar nicht hoch Okay, das wusste ich nicht Das wusste ich nicht Alter Wir waren richtig viel Ich bin nochmal gespannt Was wir jetzt für eine Fähigkeit kommen Mit Treasure Knight Das ist ja auf die Ebene bezogen Denk ich mal Was für Fähigkeiten wir bekommen So, wieso kann der eigentlich überhaupt Alter Schwede Alter Schwede Bitte nicht sterben Dann habe ich eine andere Fähigkeiten Ich habe nur die Schüge gekannt Oder diese Na, wie nennt man die? Ah, ich weiß es gerade echt nicht Ich weiß nicht, was der japanische Name ist Oder beziehungsweise der Originalname ist Aber Krenfüße müssen das sein So, hier haben wir wieder so einen Checkpoint Den wir nicht Das ist ein Geheimnis Also gesehen Weg mit euch Weg mit dir So, dann haben wir es noch geschafft Alles klar Oh, ich weiß gar nicht Fällt das runter? Das fällt runter Alles klar Gut zu wissen Das sah schon so verdächtig aus Oh, jetzt müssen wir uns fallen lassen Und dann rüber Alles klar Alles klar, easy Kein Problem Was ist dein Problem, Junge? So, jetzt kämpfen wir gegen die Verzauberin Und die wird uns wahrscheinlich töten Also die wird uns in Specter Knight verwandeln Ist, ist dies das Amulett? Es gehört uns Endlich Keine Bewegung Keine Bewegung Dieses Amulett verfügt über eine Macht, die ihr niemals kontrollieren könnt Ich bin hier, um es zu vernichten Ein für alle Mal Das ist Shield Knight Shovel Knight wollte dich retten Aber ich will doch nur meinen Sohn schützen Meine Motive sind lauter So schütze ihn denn, indem du von hier fließt und keinen Blick mehr zurückwirfst Hehe, du willst es für dich selbst Mich kannst du nicht narren Luan, würdest du mir die Ehre erweisen? Einen Moment mal Wenn das stimmt, was sie sagt Dann sollten wir vielleicht etwas vorsichtiger sein Du willst dir von einem aufschneiderischen Ritter sagen lassen Was wir mitnehmen dürfen und was nicht Wer ist das überhaupt? Ich bin Shield Knight Und ich lasse euch nicht passieren Oh Gott Aua Also ein Schild wegzuwerfen ist die dümmste Idee, die du hier haben kannst Shield Knight, tut mir leid Ach komm jetzt Triff sie doch mal wieder Aua So Shield Knight auch besiegt Oh man Jetzt sehen wir Ein wenig was Donovan, der Turm stürzt uns um uns herum zusammen Wir müssen sofort hier weg Als Feigling kenne ich dich ja gar nicht, Luan Wir gehen sobald wir unsere Beute haben Keinen Schritt näher Ihr habt es hier mit Mächten zu tun, die ihr nicht begreift Bitte Donovan Ich flehe dich an Lass doch dieses Amulett Das ist es nicht wert Niemals Aus dem Weg Oh lol Der hat seinen eigenen What the fuck Oh jetzt kann ich das nicht vorlesen Ich wusste nicht, dass das weg geht Sein Bruder, war das sein Bruder? Ich glaube das war sein Bruder Und da hat er jetzt das Amulett in der Hand oder was? Also das ist das Amulett So, weil diese Folge auch schon extrem lang geht Mit dem anderen Part, den ich noch dazu schneiden muss Oder will oder Ja, ihr wisst schon Ich würde sagen, das war es erstmal für diesen Diese Folge Wie immer, falls euch die Folge gefallen hat Dann lasst mir da ein wenig Liebe da In Form von Kommentaren, Bewertungen und Abos Und wir sehen uns beim nächsten Mal Und wie immer die super tolle Shovel Knight Verabschiedung Tschüss Tschüss Tschüss.